Hallo Leute und herzlich willkommen, meine Maus, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die blattgrüne Edition mit der Nasroth-Challenge. In der letzten Folge haben wir unseren Starter bekommen, den guten Erasko, der uns aber nicht auf ewig folgen wird. Und außerdem haben wir klautene Denkzettel verpasst und wir stehen jetzt hier vor dem hohen Gras und jetzt einfach mal reinlaufen werden in Richtung Vertania City. Hier ist ein netter Helm. Hallo, was haben Sie zu sagen? Hi, ich arbeite hier in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele produktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Und wir erhalten einen Trank. Das ist wunderbar. So nette Menschen hier unterwegs. Und ich möchte die Turbo-Träder haben. Und da kommt ein wildes Pokémon. Bam, bam. Ein Latranz. Level 4. Ich hoffe, das kommt nicht gleich, wenn wir unsere Pokémon haben. Weil ich kann echt keinen Latranz gebrauchen. Ganz ehrlich. Dann knallen wir jetzt einfach mal hier schnell. Flotbräder. Na los, Erasko. Na los. Ach, komm schon. So, Radfranz wurde besiegt. Wir erreichen Level 7 mit Erasko. Das ist ja immer besser, ey. Und wir... Erasko erlernt Egel-Samen. Das ist ja wunderbar. Und hier ist doch noch ein Herr gewesen. Stimmt hier. Hallo. Ey. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern. Aber herunterspringeln. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Ja, das ist ja wunderschön. Sonst war hier niemand mehr, oder? Ich könnte schwören, hier waren drei auf der Route. Und wir sind in der Tania City. Was hat dieses Schild zu sagen? Tipps für Trainer. Die Erkrankungen der Pokémon werden durch ihre Angrisspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du das Pokémon in der Pokémon Center bringen. Oder Äther, z.B. Elixiere verwenden. Hier ist absolut gar nichts. So, wir gehen mal hoch. Erstmal ins Pokémon Center. Und heilen Erasko einmal durch. Willkommen in der Pokémon Center. Wir heilen den Pokémon. Machen Sie wieder fit. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay, ich nehme deine... Ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm, ihr Ratszeit wieder vorbei. Gut. Da ist der PC, wo wir unsere besiegelten Pokémon später ablegen werden. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Boxen wir dann am Ende voll haben. Bestimmt sehr viele bei mir, weil ich zocke, wie Cloud immer sagt. Ziemlich aggressiv. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Natürlich. Raupi ist nicht giftig. Aber Horni. Achte auf seinen Giftstachel. Ja, ich hoffe, diesen Giftstachel können wir für uns Silber einsetzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir sind hier. Pokémon-Art. Hey, kommst du aus Alabastia? Aber sicher das. Professor Aich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Protagonisten-mäßig sagen wir mal wieder gar nichts. Und trotzdem drückte er uns das Paket einfach in die Hände. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Professor Aich uns gebeten hat, irgendein Paket abzuholen. Seltsam, seltsam. Hier ist übrigens noch ein alter Mann. Der lässt uns nicht durch. Großvater, sei nicht so gemein. Er hatte noch keinen Kaffee. Der muss ja wirklich ziemlich alt sein, weil die Dame hier sieht ja schon ziemlich alt aus. Du kannst hier nicht durch. Das ist sein Privatgelände. Ja, so sind die alten Senioren bei uns auch immer. Wenn sie ihren Kaffee noch nicht hatten, legen sie sich einfach quer auf den Boden und lassen keinen Leute durch, weil es ja ihr Privatgrundstück ist. Das ist absolut logisch. Hallo. Diese Poké-Belle an deinem Gürtel zeigen dir, dass du Pokémon bist. Bist du betrunken? Ich hab doch nur einen am Gürtel. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja. Hier hinter dem armen, äh, hinter diesem Busch ist jemand eingesperrt. Der kommt nicht weg. Der arme Mann. Gut, ich glaub, wir haben jetzt mit allen Dingen geredet, außer mit dem unten hier im Haus. Und wenn jemand im Haus ist. Hallo? Ja, hier sind welche. Ach ja, es ist ja wieder die Schule. Ich vergiss immer, dass das eine Schule ist, weil die von außen nicht so aussieht. Puh, ich versuche, meine Notizen auswendig zu lernen. Dann mach das. Was steht denn da drin? Aha, aha, aha. Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fang von Pokémon benutzt man Poké-Belle. Man kann bis zu sechs Pokémon auf einmal tragen. Pokémon, Poké-blah, Pokémon-trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Und blättern? Ja, ich blätter einfach mal in ihren Notizbuch, um während sie versucht, Sachen auswendig zu lernen. Bisschen dreist, aber okay. Zweite Seite. Ein Pokémon mit Vollartstärke ist schwer zu fangen. Man sollte es schwerst in Schwäche. Feuer, Gifte und andere Attacken wirken Wunder. Bumblätter? Ja. Dritte Seite. Pokémon-Trainer suchen aneinander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. Bumblätter? Ja. Vierte Seite. Wie viele Seiten hat das Buch denn? Das Ziel jedes Pokémon-Trainers ist es, die achte Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er den Topf hier in der Pokémon-Liga gegenübertreten. Hey, lass deine Finger vor meinen Notizen. Oh, Entschuldigung. Malen wir nicht. Okay. Lies doch völlig den Text auf der Tafel, meine ich. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Welches Thema möchtest du lesen? Zurück. Das ist ein interessantes Thema. Weiter geht's. Die Statusveränderung kennen wir natürlich alle. Gifte vergiftet. Paralyse paralysiert. Schlaf schläfert ein. Und so weiter und so weiter. Gut, dafür dass der alte Mann uns nicht auf sein Privatgelände ist. Gehen wir einfach mal in sein Haus. Hier ist ein Habitag. Das Willi heißt. Habi Habitag. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Das ist wunderbar. Was hat denn dein Papa zu sagen? Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudecken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter mehr. So wie Willi steht. Aber ich hätte ein Vivor eher Willi genannt. Gut, ähm, da gehen wir. Doch wir gehen hier schon mal hin. Denn hier befindet sich ein Secret Item. Und zwar noch ein Trank. Jetzt haben wir schon drei. Händen wir zerschneiden, da können wir den alten Mann austricksen. Schade, dass wir das nicht haben. Es geht wieder zurück nach Alabastian. Aber den safen Weg. Den uns der nette Herr natürlich vorhin, äh, offenbart hat. Über diese Vorsprünge. Einmal hier hin. Hui. Lalalala. Schön, linge Beschubung. Denn wir müssen ja gleich hier nochmal wieder zurück. So, wir sind zurück in Alabastian. Einmal schnell ins Labor, damit wir dem alten Professor hier seine Poké-Bälle abgeben können. Oh, jetzt hab ich gespoilert. Entschuldigt, das Paket mein ich natürlich. Hallo, Dessalok. Wie geht es dem, wie geht es dem Poké? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Poké-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas zu mich? Und wir übergeben Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Poké-Ball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe vor euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Poké-Dex. Er erfasst automatisch dauernd Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art High-Tech-Lexikon. Faszinierend. Dessalok klaut. Diese beiden sind für euch. Und wir hatten ein Pokédex. Wir versuchen es nicht. Wir fangen einfach. Ein gesundes Pokémon kommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war eben mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meine Traumse verweglichen, während ich im Altenheim auf euch warte. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte sogar in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa Rell. Lass es ruhig mir. Das tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leih mir vor meiner Schwester eine Karte. Und die soll sie keine geben. So eine Gemeinheit. Na warte. Wenn ich den nochmal in die Finger kriege, dann wird der sein Blosswunder erleben. Ja, dann lassen wir jetzt mal unseren Charme spielen bei Sarah. Hallo Sarah. Opa hat dich um einen Bodengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Das war ja einfach. Ach, der Sorge hält eine Karte. Juhu. Vielen Dank Sarah. Und ratet mal, was ich wieder nicht gemacht habe. Ich habe mir mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich werde es glaube ich nie lernen. Und ich würde sagen, wir fangen mit unser erstes Pokémon. Was soll das wohl sein? Oh, bitte, 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 bitte. Ah, ein Topsy hier. Geil. Los, Erastro. Es ist leider Level 3. Das heißt, wir könnten es tatsächlich aus Versehen umhauen. Wir versuchen einfach mal ein Tackle. Ach, das tut sich ja fast gar nichts ab. Gut, da kommt noch ein Deckel. Kommt man, das ist ja zu viel angezogen. Egal, das sollte reichen. Also ich glaube mal ein Punkt, weil sollte das Ding jetzt schon schaukeln. Also los, du Qual. Viel gute Sieg. Ein männliches Topsy. Und wir haben einen Topsy gefangen. Unser erster Teamkollege, der nach diesem komischen Sound-Buckler hier mit Erasko zertimuliert. Ja, für Topsy wurde ein Eintrag in Pokédex erstellt. Topsy, Kleinvogel. Größe 0,3 mm. Gewicht 1,8 kg. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln im Sand aufhier wird. Sehr effektiv. Möchtest du den Topsy einen Spitzler geben? Auf jeden Fall, Kollege. Und unser männliches Topsy heißt natürlich... Captain. Oh, Captain, mein Topsy. Gut, weiter geht's. Wir packen Captain noch direkt mal nach vorne, damit der hier ein bisschen EP leechen kann. Ist ja logisch. Warum leckt das Spiel hier so? Gut. Das heißt, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen mit den Regeln. Wir öffnen jetzt einmal ganz kurz die Karte zur Veranschauung. Wir haben uns gerade auf Route 1 befunden. Wir befanden uns gerade auf Route 1. So heißt es richtig, der Solok. Und da haben wir das erste Pokémon, was wir getroffen haben, nachdem wir die Pokéwelle hatten, nämlich das Topsy, gefangen. Das heißt, auf Route 1 können wir keine Pokémon mehr fangen. Hätten wir dieses Topsy jetzt besiegt, hätten wir auf dieser Route trotzdem keine Pokémon fangen können und müssen ohne Pokémon von dieser Route aus weitergehen. Als nächstes werden wir uns auf Route 22 begeben. Ich setze mich mal ganz kurz richtig hin, weil ich sitze hier gerade ziemlich unbequem. So. Auf Route 22 werden wir jetzt gleich unser nächstes Pokémon fangen. Und danach geht es auch schon weiter auf Route 2. Auf Route 2 können wir einmal da ein Pokémon fangen. Da befindet sich der Vertania Wald, wo wir ebenfalls ein Pokémon fangen können. Da befindet sich die Diktahöhling, in der wir ebenfalls einen Diktah fangen können. Sofern es unter dem Level des Arena-Leiters ist. Da befindet sich Mammoria City. Und ja, bis dahin müssen wir kommen. Und unser erstes Level-Cap ist, wie gesagt, das Level 14 Onyx von Oroko. Also wir dürfen Level 14 mit keinem Pokémon überschreiten, sonst muss das Pokémon raus. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zum Pokémon-Center, heilen unsere Pokémon und gehen auf Route 22 und fangen uns irgendwas Schönes. Ich hoffe, es ist irgendwas Schönes. Und ich wieder irgendwie, keine Ahnung, Radfranz. Ich weiß noch, bei einer Nuzlocke-Challenge starte ich irgendwie drei oder vier Radfratze. Irgendwie bis zum vierten On gefangen. Das war wunderbar. Und davon hat es tatsächlich nur ein... Ein Radfratze hat es tatsächlich nur bis Level 20 Radikal geschafft. Alle anderen waren vorher tot oder ausgewechselt. Gut, hier ist Route 22. Gut, wir fanden uns jetzt unser nächstes Pokémon. Was muss wohl sein wird? Oh, bitte, was tolles. Bitte, bitte, bitte. Nein, kacke. Radfranz. Scheiße. Aber es ist Level 3. Das heißt, kämpfen könntest du tatsächlich selber machen. Und für den Anfang müssen wir es leider alle fangen, weil wir brauchen hier wirklich alle Teammitglieder, die wir kriegen können. Oh. Krähen hört ja, glaube ich, nicht aus. Wow. Alter, diese Lacks, ne? Ich muss doch gucken, wie ich die loswerde. Okay, wir werfen einen Pukwal und... Was ist das? Oh, bitte, bitte, bitte. Ich habe schon einen Namen für unser Radfratz. Nö. Das gibt es doch nicht. Du willst mich davon ohne Pipeln. Hm. Dann probieren wir es auf eine an. Alter. Gut, dann probieren wir es auf diese Art und Weise und es... Wow. Okay. Hallo. Hallo. Wo kommt die Lächste her? Igelsamen. Es ist ausgewichen. Ich kriege die Tür nicht zu. So, Igelsamen. Äh, eine andere Attacke kann ich leider nicht einsetzen, da alle anderen Attacken zu viel Schaden machen. Zack. Ich hoffe, es macht jetzt nicht zu viel Schaden. Ah, das sieht gut aus. Da können wir noch ein paar... Äh... Versuchen starten. Sofern wir noch Pukwäle haben. Ach komm schon, ey. Du bist doch fast tot, ey. Ich könnte mal einen Pust. Tschakka-Tschakka. Ratfranz gefangen. Oh, ich freue mich jetzt schon aufs Offscreen-Training. Wenn ich das mal so sagen darf. Für Ratfranz wurde ein Eintrag im Pokédex eröffnet. Um es nochmal nachträglich zu sagen, was ich wieder nicht gemacht habe. Ratfranz. Maus. Größe 0,3 Meter. Gewicht 3,5 Kilogramm. Ein kleines, sehr wendiges und bissiges Pokémon, welches in vielen Gegenden heimisch ist. Ja, leider. Möchtest du dem Ratfranz einen Spitzel angeben? Ja, das möchte ich. Das ist ein weibliches Ratfranz ziehen wird. Ihr Name. Briss. Upsala. Brissi. Wer den Kinderfilm kennt, ist es Brissi und das Geheimnis von dem. Ist jetzt so der einzige Haus- und Ratname, der mir eingefallen ist. Und es geht nochmal zum Pokémon Center. Ja, ja. Ich weiß, dass das ein Pokémon Center ist. So, und ich glaube, auf Route 2 gibt es eh nur Taubsee oder Ratfranz zu fangen. Das heißt, wir werden jetzt sowieso ein Pokémon doppelt kriegen. Was wunderbar ist. Nicht? Kommt die derzeit wieder vorbei. Gut. Und bevor wir nach, ähm... Mamoria City aufbrechen, werde ich hier noch auf Route 22 gegen unseren Rivalencamp. Oh nein, jetzt kommt der alte Sack. Nun, jetzt hatte ich, äh, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm? Was war denn das für ein Lick? Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich glaub dem Pokédex nicht, der kann das nie im Leben gesagt haben. Wir haben doch schon zwei gefangen. Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Nein! Oh, ich hasse Tuton, ganz ehrlich. Ein Bildes Horn überscheint. Oh, mitten in der Stadt. Und er macht das natürlich genau falsch, also wenn man es nicht macht. Er fängt Pokémon nämlich nicht, wenn sie volles Leben haben. Du alter Mann. Und er schafft es auch noch. Toll, Hornion wurde gefangen. Yay! Applaus für den alten Opa. So, das war doch perfekter Anschauersunterricht, oder? Und hier, nimm dich's auch noch. Wir halten den Lehrkanal. Uhu, da werden wir bestimmt ganz viel rumblättern. Nicht? Falls es denn was gibt, dass du nicht... Verstehst du, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlage über den Punkt eines Pokémon-Trainers. Na, faszinierend. Boah, ich glaub, ich werd das ganze Deadplay in diesem Buch verbringen. Äh, nein, ich wollte da nicht reingucken. Okay, weiter geht's auf Route 2. Und wir fangen unser nächstes Teammitglied. Was hoffentlich irgendwas Cooles ist. So, bitte. Gibt's hier überhaupt was anderes? Ich glaub, es gibt hier gar nichts anderes zu fangen. Warum sind die Frames so scheiße? Alter, 15 Frames. So willst du mich verarschen? Yay, wir haben noch ein Ratfranz. Oh, nee, noch ein weibliches. Ich kenn keine weiblichen Ratten-Namen. Das ist Lebefing. Und es gibt Cassidy, da ist mein Teckel. Bitte keinen. Oh, 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 oh. Habe ich jetzt bestimmt, wie gesagt. Ich hab's selber gar nicht mitgekriegt. Tackel. Los. Hau raus. Knall so. Komm. Schön. Wir werfen den Punktwahl und haben noch einen Ratfranz gefangen. Ja, man kann ja nie genug Ratfratze haben. Ist ja meine Devise. Chaka-Chaka. Toll, Ratfranz wurde gefangen. Ja, das ist einfach nur wunderbar. Ich möchte ja gerne vorlockend in die Luft springen. Gut, wie nennen wir denn dann die andere Ratte? Äh, Ratfranz meine ich. Ich kenn keine weiblichen Ratten-Namen außer Prispy. Hm. Ich werde hier, glaube ich, gleich einen kurzen Cut machen. Ich werde jetzt erst mal ein bisschen überlegen. Nein, ich werde keinen Cut machen. Ich werde sie dann einfach... Ich weiß jetzt nicht, ey, so hier, äh... Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht. So, Flöckchen. Eine Hommage an diese völlig un... Ähm... Uneinfallsreichen... Einfallslosen heißt es sogar. Ja, das heißt einfallslos. Diese einfallslosen, äh... Nagernamen. Die kleine Mädchen ihren Nagern immer geben. Flöckchen, Wölkchen... Flecki und... Wie sie nicht alle heißen? Die armen Tiere. Okay, da ist der Bertania, weil das heißt, wir gehen erst einmal zurück. Wir haben unseren Rivalen immer noch nicht besiegt. Ich weiß gar nicht, was der hatte, ey. Der hatte, glaube ich, auch schon Level 9er Pokémon, wenn ich mir nähe. Kommt hin, glaube ich, ja. Level 9, Glomanda Level 9, Taubsee und Level... Schieß mich tot. Ich glaube, Level 7. Ratfranz? Ich weiß es nicht. Erstmal hallen wir unsere Pokémon. Und ich luk noch mal ganz schnell, wie lange wir denn schon aufnehmen. Viel zu lange, wie das Rock gerade mitgekriegt hat. Okay, wir machen hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen und tschau. Tschüss.